Wir sind in der Haus, aber er wird Iggy Wirkens unterwegs auf dem Hinterrad. Und wir sind zum Teil auch nicht ganz drüben, was wir machen. Jetzt sieht das alles noch gut aus. Und einfach verständlich, ja, schon ist es. Jetzt wird es schon ein bisschen komplexer. Aber so die Packs, das sind die, die Brust an der Frau anschauen, die haben so ein bisschen Böller auf der Seite. Und das braucht ihr genau für das. Wir setzen den Fuss auf diesen Packs, die kann drehen, genau so. Das nennt man Pivoten. Einer von den momentanen 20 Thailand Pivotings. Und das ist ein Pivoten-Permaschip von Joy. Schön, dass ihr auch ein Skam-Jüge habt, wo das Hinterrad so griffen. Und das ist ein Pivoten. Vielen Dank, Herr Perlmann. Und das sind ja auch schon hier. Und das ist ja auch ein Pivoten-Permaschip. Und das ist so ein guter Weg. Das ist die Pivoten-Permaschip. Und das ist vielleicht nicht die Pivoten-Permaschip. Aber das ist die Pivoten-Permaschip. Und das ist ein bisschen besser. Aber das ist ein bisschen besser. Alles ist ein bisschen besser. Mit der Nütze, eine Minute noch. Was kommt jetzt? Ein und die Nütze. Und schon mit der Nütze. Und schon sind wir auf der anderen Seite. So stellt das klar. Er probiert es noch mal. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Aber der Worte war sich ... Ech ein Nufang. Barten Sie noch kurz vor der Wiese. Nein, nein, ich weiß, ich war schon mal dran. Ich habe ihn im ersten zweiten Rund gefangen, aber ich habe ihn jetzt nur ein Kopp gegeben. Ich habe einen Schuss, was ich jetzt nicht so erinnert. Ich habe ihn nicht mehr gemacht. Aber er hat es in der Mitte. Ich habe ihn mit den Rund gefangen. Ich habe ihn mit den Rund gefangen. Das ist der erste Rund gefangen. Und das ist der Rund gefangen. Ein Rundfunk! Das ist der Rundfunk!